Auf die Bühne bitte ich Jan Hohmann von Blockforster. Jan, du diskutierst jetzt, ob das, was wir gehört haben in den ersten Impulsvorträgen auch so stimmt. Ich überlasse dir die Bühne und für alle, die die Fragen haben, wenn ihr am Ende noch ein bisschen Zeit übrig lasst, können die gestellt werden. In diesem Sinne viel Spaß, gut zuhören und viel Spaß. Danke, Janosch. Das war's schon. So, wir beschäftigen uns nochmal mit der großen Frage, the biggest marketing shift of a decade oder ist es tatsächlich diese große Budgetverschiebung, die wir jetzt heute auch schon einmal von mir eher globaler und das zweite von Tim Prien eben einmal für den deutschen Markt mit sehr, sehr detaillierten Zahlen gesehen haben. Dazu bitte ich jetzt auf die Bühne eine tolle Runde, mit denen ich glaube, dass wir ein ganz breites Spektrum des Marktes abdecken können. Wie eben von Janosch schon angedeutet, wir haben Slido heute verfügbar, wird hier so ab Mitte des Talks auf den Fernsehern angezeigt. Einfach auf den Link gehen, da kann man Fragen stellen und wir werden dann nach einer gewissen Zeit diese Fragen auch dann aufrufen und gemeinsam auch die Fragen aus dem Publikum diskutieren. Ich freue mich jetzt zuallererst nochmal auf Daniel Pannrucker. Freut mich, dass du hier nochmal dabei bist, Geschäftsführer von The Story Lab innerhalb der Dempsey Aegis-Gruppe. Moin. Dann freue ich mich über meinen nächsten Panelisten. Hans, würdest du zu uns hochkommen? Hans Pichatzak, äh, Sacek. Morgen. Vizepräsident des Deutschen Marketingverbandes und Geschäftsführer der Move Elevator GmbH. So, zu guter Letzt, ein Markenvertreter, Geschäftsführer des Mobilfunkanbieters des Jahres 2018. Wann ist das dann? Morgen, Peter Optimum. Hi. Sehr schön. Ja, Hans, würde gerne bei dir starten. Du hast uns ja, du bist ja zweigeteilt quasi heute hier, einmal als Verbandsvize-Chef im Marketingbereich und einmal auch in deiner Rolle als Geschäftsführer einer großen Agentur. Die Frage, also wir hatten ja letztes Jahr auf dem Online-Marketing-Tag, hattet ihr mich eingeladen und gefragt, Jan, könntest du vielleicht ein Panel moderieren zum Thema Influencer-Marketing? Das war eines der Top-Panels, glaube ich, an dem Tag, was ich total beeindruckend fand und habe mich gefragt, wie passiert denn das innerhalb eines Verbandes, dass so ein Thema wie jetzt Influencer-Marketing überhaupt dann hochschwappt und dort an wirklich populärer Stelle Platz findet? Ja, also die Frage ist relativ einfach beantwortet. Man muss das ja so sehen. Wir als Verband, wir haben in Deutschland 14.000 Mitgliedsunternehmen, die halt im Thema Marketing sich an den Verband richten, wenn sie Fragen haben. Und das Thema Influencer-Marketing kann man wirklich sagen, das interessiert im Moment alle, weil jeder sieht, dass sich die Mediennutzung verlagert. Die Leute lesen weniger Zeitungen, die machen weniger dieses und die unter 20-Jährigen sind ja im Moment, sagt man, drei Stunden pro Tag in den sozialen Netzwerken unterwegs. Und wenn ich als Marketing-Treibender meine Zielgruppe erreichen möchte und merke, der Kanal funktioniert nicht mehr, der, der, der und ich sehe, okay, die sind woanders, dann muss ich mir ja die Frage stellen, wie komme ich da rein? Und so kommen dann halt 14.000 Mitgliedsunternehmen an den Verband, also nicht alle, aber einige davon und sagen, du, wir würden gerne was im Bereich Influencer machen. Wie können wir das anstellen? Worauf müssen wir achten? Und dadurch wird das dann ein Thema für den deutschen Marketingverband. Okay, vielleicht bevor wir dann auch weitergehen, noch eine Nachfrage. Was ist denn so das Grundgefühl, die Grundstimmung von den Unternehmen? Ja, sagen die, wir möchten in einem speziellen Bereich irgendwie noch was lernen oder sagen die, wie kommen die auf euch zu, mit welcher Message? Also vorhin wurde der Satz schon mal gesagt in der Öffnungsrede, die sagen, wir glauben, wir müssen da was machen, aber wir wissen nicht wie. Denn es gibt ja doch eine ganze Menge Unsicherheiten bei dem Thema und ich glaube, so die großen Player, Unilever und so weiter, die wissen, wie man sowas macht, aber der Mittelstand und vielleicht auch regionale oder lokale Unternehmen haben da mehr Fragezeichen als Antworten. Okay, super. Vielen Dank schon mal. Wir haben jetzt da, glaube ich, einen sehr, sehr schönen Marktüberblick, auch völlig ungeschliffen quasi, weil der Verband ja einfach dafür da ist, die allgemeinen Interessen abzubilden. Jetzt freue ich mich, dass du, Peter, heute bei uns bist und ja, ihr seid der erfolgreichste Mobilfunkanbieter des letzten Jahres gewesen oder nee, des diesen Jahres gewesen und dort gekürt worden. Ihr habt euch aber ganz bewusst, und das hast du mir in unserem Vorgespräch auch erzählt, habt ihr euch ganz bewusst entschieden, nicht First Mover zu sein, weil ihr darin die für euch optimale Strategie seht im Influencer-Marketing-Bereich. Kannst du uns dazu ein bisschen abholen? Ich finde, das ist ein super spannender Ansatz und das zeigt auch so den Weg eines Marktes, weil am Anfang werden viel Fehler gemacht, am Anfang ist viel Trial and Error und wenn man später dann smart und mit Nachdruck einsteigt, kann man vielleicht sehr, sehr gut abbiegen, ja? Ja, genau so ist es. Vielen Dank, Jan. Ihr habt ja gerade den Hans gehört, der darauf hinweist, natürlich gibt es ein großes Interesse und in jedem Fall ist es spannend und sinnvoll, sich mit Influencer-Marketing zu beschäftigen und den Chancen, die eine Marke hat, auch über entsprechende Medien erfolgreich zu sein. Wir sind ein Mobilfunkanbieter, aber stehen auch für faires Preis-Leistungs-Verhältnis, das heißt, auch bei uns gibt es knappe Mittel, auch knappe Media-Budgets und da wollen wir natürlich auch, was die Frage angeht, wie setzen wir Influencer-Marketing ein, möglichst smart aktiv sein und das heißt eben Anfängerfehler verhindern, möglichst erstmal gezielt und klein anfangen lernen und dann möglichst schnell auf Basis dessen für uns selber eigentlich das finden, was zu unserer Marke passt, was zu unserem Unternehmen passt. Und ich denke, da gibt es sicherlich ein großes Maß an Eigeninitiative, dass das Unternehmen dann selber starten kann, aber natürlich spielt da auch eine gute Beratung eine Rolle und auch das richtige Gefühl. Ist da irgendwie so eine Sache, wo du sagst, Mensch, das muss so einen Kanal auch liefern, bevor man da in die Vollen gehen kann und sich auch das tun möchte? Ist da irgendwie so eine Sache? Ja, wir brauchen natürlich Vergleichbarkeit. Also Messbarkeit und Vergleichbarkeit spielen eine große Rolle im Media-Mix und solange wir nicht genau den Erfolg unserer Kampagne oder auch der Kampagnenverlängerung durch Influencer sehen können, können wir das nicht vergleichen und benchmarken. Insofern ist die eine Sache tatsächlich die Messbarkeit und eine nachvollziehbare Kontrolle des Erfolgs der entsprechenden Kampagne. Ja, fragen wir doch gleich mal einen, der genau diese Frage wahrscheinlich sehr, sehr häufig beantworten muss. Daniel, du hast ja, oder ihr habt ja in dem Konstrukt des Dance to Aegis-Netzwerkes als eine der größten Netzwerkagenturen weltweit, seid ihr mit der Story Lab der zentrale Punkt- und Anlaufpunkt für Influencer-Marketing in Deutschland. Und was ist denn, es ist spannend ja erstmal, Netzwerkagenturen haben, viele bilden gerade diesen Bereich aus. Ich glaube, ihr seid da extrem weit vorne und vielleicht kannst du uns zum Eingang ein bisschen beschreiben, welche Budgetverlagerungen euch quasi auch dazu verleitet haben, das wirklich als Einheit an den Start zu bringen und wie ihr Marken damit helft. Gerade auch hier angeschlossen. Ja, also zum einen muss ich sagen, dass Influencer-Marketing natürlich aus vielerlei Gesichtspunkten extrem interessant ist. Zum einen aus kommunikativer Sicht, um die Zielgruppen zu erreichen. Aber was wir natürlich auch sehen ist, dass es immer mehr schlaue Marken gibt, die Influencer auch nutzen, um neue Produkte zu kreieren. Oder aber aus den Influencer-Geschichten und Daten heraus sich zu überlegen, was sind die Trends von morgen. Also was könnte, weil Influencer ja im Prinzip auch Trends vorgeben. Das sind diese beiden Aspekte. Ich kann jetzt nicht für alle Marken sprechen, aber für die Marken, die wir betreuen und die wir sehen. Und das sind einige Großkonzerne dabei. Wir sehen bisher, was halt so Influencer-Marketing ist, am Anfang sehr stark auf PR-Seite etabliert gewesen. Teilweise auch in den Social-Media-Abteilungen. Dann merkt man aus der Media-Abteilung heraus, dass der Banner und so weiter, dass die ganzen Maßnahmen nicht mehr so funktionieren, wie man sich das wünscht. Und dann sieht man auf einmal die Effektivitätsmöglichkeiten oder die Optimierungsmöglichkeiten, die man über Influencer-Marketing als Kommunikationskanal hat. Und dann fängt es halt an, dann überlegt man sich, brauchen wir eigentlich Influencer-Marketing im Media-Mix oder nicht. Und dann ist das ein systemisches Problem oder auch eine Herausforderung. Es wird oftmals verglichen zwischen den ganz klassischen KPIs. Also was bringt mir eine TV-Reichweite im Vergleich zu Influencer-Marketing? Also ich persönlich und ich glaube auch meine Kollegen aus dem Team, wir sind jetzt nicht die Vertreter, dass wir sagen, wir wollen eine Vergleichbarkeit schaffen. Wir brauchen die natürlich, um halt, ich sage jetzt die Oldschool-Kunden dieser Welt, die nach Reichweite und GIP kalkulieren, brauchen wir natürlich diese Ebene der Vergleichbarkeit. Aber wir trainieren die Kunden schon dahin, dass wir sagen, es geht mehr um Customer Engagement. Es geht um die qualitativen Merkmale, die ich durch Influencer-Marketing habe. Und sobald wir das geschafft haben und der Kunde auch Vertrauen gefasst hat und er sieht, okay, ich habe eine Media-Vergleichbarkeit. Ich kann halt auch gucken, es funktioniert besser oder nicht so gut als meine anderen Maßnahmen. Dann sehen wir auch einen immer größer werdenden Budget-Shift im Media-Bereich. Aber noch ist es immer so, dass die Budgettöpfe zweigeteilt sind. Wenn wir an die großen Etats wollen, dann kommen die aus den Media-Etats. Wenn wir an inhaltliches Influencer-Marketing wollen, dann kommen die aus dem PR oder aus dem Marketing-Produkt-Marketing-Topf. Ich glaube, ein spannender Punkt ist, wo ist das in Unternehmen aufgehängt? Also ist es PR, wird es schon als Media gesehen? Wir sind, glaube ich, ja genau an der Kippe. Hans, habt ihr das diskutiert vielleicht auch intern oder vielleicht auch aus deiner Erfahrung als Geschäftsführer der Agentur? Wie wird das von Unternehmen umgesetzt? Was siehst du da im Markt in der Breite? Ist es PR, ist es Media? Wo stehen wir? Also unserer Erfahrung nach, jetzt spreche ich als Agenturmensch, ist das eigentlich in der Marketing-Abteilung verankert. Die Projekte, die wir übergeleitet haben, da war es im Marketing. Ich kann mir vorstellen, dass das in manchen Unternehmen auch in der Unternehmenskommunikation hängt. Ich habe es so nicht kennengelernt und ich sehe es auch im Marketing, weil für mich ist es wirklich einfach einer der klassischen Marketing-Kanäle der Zukunft. Okay, das heißt also ganz klares Votum Richtung Marketing. Und vielleicht wie man das aus dem Blogger-Bereich eher kennt noch von früher, dass es vielleicht dann doch schon Richtung PR, Presse, Arbeit, Journalismus geht. Da bewegen wir uns schon deutlich von weg Richtung Marketing-Bereich ist. Jan, vielleicht nochmal andersrum. Also dieses Thema Influencer, das hat ja auch in Deutschland ein Problem, dieser Name. Ich höre oft den Spruch, früher war das wenigstens noch eine Krankheit und jetzt weiß man gar nicht mehr, was man damit machen soll. Deswegen ist das immer so etwas Diffuses, wo sich keiner was darunter vorstellen kann. Für mich ist das aber einfach ein Instrument, was es seit Jahrzehnten gibt und zwar das Thema Testimonials. Unternehmen haben schon immer Testimonials ausgesucht, mit denen sie irgendwie kooperieren und so weiter. Und der Punkt ist doch einfach, ich habe zwei Kinder, die sind 11 und 14. Wenn wir Fernsehen gucken und da kommen irgendwelche Stars, meine Kinder kennen die überhaupt nicht. Bei uns, wir haben auch einen riesigen Fernseher zu Hause, 4K, der ist aber aus. Da wird Formel 1 geguckt, Tagesschau und mein Sohn spielt Fortnite und das war's. Fußball. Und dann, nee, bei uns nicht leider, tut mir leid. Jetzt bei der WM mache ich mal eine Ausnahme. So, aber was ich damit sagen will ist, die jungen Leute heute, die kennen halt nur noch die YouTube-Stars. Und wenn ich Testimonials einsetzen möchte, dann gehe ich einfach in die sozialen Netzwerke. Weil, wie gesagt, ich habe es vorhin schon mal gesagt, da sind die Kinder oder die Jugendlichen drei Stunden am Tag. Und dann suche ich mir dort die Testimonials. Für mich ist das überhaupt nichts Revolutionäres, sondern etwas total Evolutionäres, ausgelöst durch die Verlagerung der Aufmerksamkeit. Und deswegen gehört es für mich auch in die Marketingabteilung. Okay, vielleicht daran anschließend, ich weiß von euch, dass ihr ja auch mit Markenbotschaftern arbeitet. Ja, das war ja gerade das Angesprochene. Und wo seht ihr da denn den Unterschied zwischen Markenbotschaften und vielleicht, jetzt benutzen wir das Wort Influencer nochmal. Ich weiß nicht, wie gesagt, ich habe es vorhin schon gesagt, kann gut sein, dass wir nächstes Jahr nicht mehr über Influencer sprechen, sondern über einen anderen Begriff, der das beschreibt, was wir schon eine ganze Weile alle tun, mit sich leicht verändernden Ausprägungen. Aber wie nehmt ihr das denn wahr, als jemand, der das wirklich dann auch ja betreibt und dafür auch Geld ausgibt? Ja, das ist spannend, was du gerade gesagt hast, Hans. Denn wir machen tatsächlich noch einen bewussten Unterschied zwischen Markenbotschaftern einerseits und Influencern. Als Markenbotschafter verstehen wir Persönlichkeiten, Menschen des öffentlichen Lebens, die nicht zwingend immer an Reichweite gemessen werden, sondern die innere Persönlichkeit für Werte stehen, die wir als passend für unsere Marke, in dem Fall Kongster, sehen. Und wir möchten natürlich, dass es da einen guten Markenfit gibt. Und dann produzieren wir Content und setzen die Markenbotschafter ein, um diesen Content auch in den sozialen Medien entsprechend zu platzieren. Und das ist für uns sozusagen ein wichtiger Schritt und ein wichtiges Bestandteil, um auch Markenkommunikation zu betreiben. Also Influencer im jetzigen Stadium sind natürlich Menschen, die einfach interessant sind, auch eigenen Content produzieren und diesen Content dann entsprechend über ihre Kanäle platzieren. Und wenn wir da als Kongster eine Rolle spielen wollen, dann nutzen wir natürlich deren Plattform und deren Content, um unsere Kampagnen zu verlängern, um da auch spielerisch und auch ansonsten da einfach in Interaktion zu treten. Aber das sind für uns keine Testimonials, sondern Influencer, die wir gerne auch zusammen mit unseren Produkten oder eben unserer Marke etwas weniger mit den Markenbotschaften in Verbindung bringen. So, dazu gleich nochmal oder ist es klar soweit? Ne, ich finde die Unterscheidung gut und mit Sicherheit gibt es auch verschiedene Funktionen, verschiedene Rollen, wie man Influencer-Marketing machen kann. Mir geht es aber eher um das, bei Testimonial jetzt um die Idee, dass man halt Köpfe einsetzt, die die Menschen da draußen kennen und die aus sich heraus eine Reichweite generieren. Ja, klar. Vielleicht mal weitergegeben zu dir, Daniel, wenn du dir jetzt anschaust, so die letzten Jahre hat sich ja schon ein bisschen was getan. Die ersten Unternehmen sind auch wirklich aus der Testphase raus, glaube ich, und gehen auch in die Vollen, was Influencer-Marketing angeht. Wo waren denn vielleicht auch so in den letzten zwei, drei Jahren die Blocker, die bei denen vielleicht gelöst wurden, sodass die sagen, Mensch, wir trauen uns, wir wollen, wir sehen das und geben da jetzt quasi auch mal deutlich signifikantes Budget rein? Also ich mag ungern in Prozent reden, aber ich mache das einfach mal, um so ein Bild zu haben. Also ich würde sagen, dass wir nicht mal bei zehn Prozent der Möglichkeiten angelangt sind, was die Marketing-Spendings betrifft im Bereich Talents oder Influencer-Marketing. Und ich fand aber die Diskussion ganz spannend. Ein Influencer an sich ist ja nicht nur die Reichweite, sondern ein Influencer an sich vereint ja im Prinzip RTL, Madonna, Amazon und wen haben wir noch? John Bon Jovi in einer Person. Also er bringt das Gesicht mit, er bringt die Abverkaufsmöglichkeiten mit, also insofern ist es auch für die Performance-Abteilung interessant. Ich denke da zum Beispiel über Affiliate-Marketing im Bereich Influencer-Marketing. Solche Programme gibt es mittlerweile auch, bis hin zu Produktkreation und insofern gibt es da noch so ein bisschen einen Konflikt. Aber ich glaube, der wird sich dann lösen, wenn man halt die ersten Sachen anfängt umzusetzen und im Moment wird das halt in einzelnen Schubladen gemacht. Das ist auch ganz gut so. Influencer als Media-Ersatz wird dann über die Schiene gemacht, Influencer als Produktkreations-Ersatz über die Schiene, Influencer-Relations eh auf PR-Seite. Und irgendwann, glaube ich, wird sich das zusammenfinden, wenn man halt erkannt hat, dass das auch tatsächlich gut funktioniert. Vielleicht nochmal zurück auf die Blocker. Ich finde es ganz spannend, weil wir sehen diese Bewegung im Markt. Tim Prim hat gerade gesagt, eine Milliarde Marktvolumen nur im Dachraum in den nächsten zwei Jahren wird sich der entwickeln. Dann werden wir an 2020 bei einer Milliarde sein. Vielleicht habt ihr darüber diskutiert, was die vielleicht auch Ängste sind, die da noch loszulösen sind oder wo vielleicht auch Technologie oder Ähnliches oder unter Education helfen kann, um das Ganze weiter nach vorne zu bringen. Du meinst Ängste auf Seiten der Unternehmen? Genau. Oder vielleicht gibt es die auch gar nicht. Doch, doch, die gibt es auf jeden Fall. Also ich glaube, was wirklich die größte Unsicherheit am Ende auslöst, ist bei den Unternehmen, die es noch nicht machen, die Frage, was ist denn überhaupt Influencer-Marketing? Reicht das, wenn irgendein YouTuber eine Folge seines Podcasts macht und im Hintergrund steht meine Lampe? Im Hintergrund ist das dann schon Influencer-Marketing, der Geld dafür bezahlt hat, dass die Lampe da im Hintergrund stand? Der wird sagen, ja, jemand anders, der vielleicht einen besonders guten Case gemacht hat, wie deine California Allemands, sagt, nee, das ist für mich überhaupt kein Influencer-Marketing. Das ist vielleicht irgendein vorsichtiger Versuch. Und ich glaube, was die Leute da draußen brauchen, ist eigentlich wirklich Hilfestellung. Was ist gutes Influencer-Marketing? Und ich glaube, da leistet ihr auch gute Arbeit, indem ihr halt erfolgreiche Cases zeigt und zeigt, guck mal hier, das sind die Möglichkeiten. Wir haben die Erfolge gemessen, das hat nachweisbar irgendwie mehr Image, mehr Abverkauf, was auch immer gebracht. Also ich glaube, die Unsicherheit da draußen, der muss begegnet werden mit erfolgreichen Cases, damit die Leute lernen, wie man es gut und richtig macht. Wenn wir jetzt weitergehen mal in Richtung des Budgets und bei euch uns das anschauen, Peter, wie ist das denn? Wird bei euch ein neuer Budgettopf geschaffen und ihr sagt, okay, jetzt Influencer-Marketing kommt zu den anderen Kanälen dazu oder kannibalisiert das auch was anderes bei euch? Wie setzt ihr das auf? Ja, wir sind ja ein mittelständisches Unternehmen, insofern haben wir so eine Brand-and-Comps-Abteilung mit einem Media-Budget und natürlich reden wir darüber, wie wir dieses Budget in Summe ausgeben können. Und da ist das Thema Influencer-Marketing auf jeden Fall eine Option. Wir sind auch ein wachsendes Unternehmen, das ist sehr erfreulich und damit setzen wir auch auf ein wachsendes Media-Budget. Insofern denke ich, ist sicherlich so ein wachsendes Media-Budget, das wir auch im Markt sehen, wir haben gerade darüber gesprochen, wahrscheinlich 2-3% Wachstum im Total Media Spend haben, dass da sicherlich Influencer-Marketing als eine neue Möglichkeit jetzt zunächst einmal auch zusätzliche Budgetmittel zur Verfügung stellt, aber es muss ja auch integriert gesehen werden. Also es ist sicherlich eine Mischung aus Kannibalisierung oder Ergänzung, würde ich es mal nennen, und eben auch der Möglichkeit, vielleicht neue Mittel anders einzusetzen. Wolltest du dazu gerade? Ich habe jetzt eben darüber nachgedacht. Ich glaube auch, dass es ein systemisches Problem in der Branche ist, weil im Prinzip sind die Budgets, die große Kunden in Medien investiert haben, immer auf so virtuellen Ressourcen passiert. Also bei RTL oder auf Online-Plattformen steht ja das Werbemittel im Prinzip unbegrenzt zur Verfügung. Und somit entsteht halt auch ein Geschäftsmodell oder auch ein Rabattmodell in Richtung Kunden, was halt im Influencer-Bereich nur beschränkt möglich ist, weil die Ressource dahinter, da muss ja eine Produktion stattfinden. Der Influencer produziert etwas, der braucht dafür eine Aufwandsgage. Und ich glaube, es wird nie so sein, dass jetzt Influencer-Marketing, ich sage jetzt die Möglichkeiten des TV-Volumens oder des Online-Volumens komplett ersetzen. Aber ich glaube, dafür hat Influencer-Marketing die Möglichkeit, ganz, ganz viele Budgettöpfe parallel anzuzapfen und halt prozentual gesehen den Mediatopf ja etwas mehr zu erobern. Also in Zahlen kann ich das jetzt nicht ausdrücken, aber ich glaube, die Tendenz ist klar erkennbar. Vielleicht nochmal aus deiner Sicht, Hans, was ist denn, wenn jetzt jemand zu euch kommt, was würdet ihr denn empfehlen auch? Wie setzt man das Ganze auf? Sollte ein Unternehmen das Inhouse betreiben? Geht man zu einer Agentur? Nimmt man sich einen Technologieanbieter? Was wäre denn so euer Ansatz? Oder wie würdet ihr fragen? Also da ich ja nicht nur Vizepräsident des Deutschen Marketingverbandes, sondern auch Agenturgeschäftsführer bin, würde ich natürlich immer sagen, gehen Sie zu einer Agentur. Aber jetzt mal vom Spaß abgesehen, ich glaube wirklich, dass man zu einer Agentur gehen sollte. Denn was mache ich, wenn ich in eine fremde Stadt komme und ich kenne mich da überhaupt nicht aus, dann besorge ich mir Informationen von jemandem, der sich da auskennt. Sei es ein Reiseführer in Person, in gedruckter Form. Ich suche mir einen Lotsen. Und ich glaube, dass wirklich eine Agentur, idealerweise eine, die schon gute Cases produziert hat, ein optimaler Lotse sein kann, der mich durch diesen Dschungel führt. Also deswegen denke ich auf jeden Fall, als Unternehmen sollte man sich eine Agentur oder so jemand wie Blockfoster holen, der einem da hilft. Und ich glaube, die größte Aufgabe für ein Unternehmen, das Influencer-Marketing machen möchte, ist wirklich die Influencer zu finden, die zu einem passen. Denn das ist überhaupt im Marketing so, immer zu gucken, wer ist überhaupt meine Zielgruppe und wo erreiche ich die? Und das gilt natürlich auch im Influencer-Marketing. Und um das leisten zu können, muss ich einfach wissen, wen es da draußen gibt, welche Inhalte der bedient und bei welchen Themen er Credibility besitzt. Also irgendwie Zugang, die dann finden, Authentizität mit der Marke haben, vielleicht noch einen Schritt weiter. Und wie seht ihr das denn, Peter, im Sinne von, wer plant das Ganze strategisch? Wer kümmert sich um welchen Part dieser Wertschöpfungskette? Wir haben auch viel über Bepreisung schon diskutiert von Influencern. Wie seht ihr das denn eingeordnet, auch mit den Spielern am Markt? Was wollt ihr auch intern behalten? Wie wollt ihr damit umgehen? Habt ihr euch dazu schon eine Strategie überlegt? Ja, also ich denke, die Strategie ist auch abhängig von den Ressourcen, die dir zur Verfügung stehen in-house. Wie gesagt, als mittelständisches Unternehmen ist man natürlich nur begrenzt, auch in den Möglichkeiten auch Mitarbeiter spezifisch mit Themen beschäftigen zu lassen. Das heißt also, natürlich planen wir entsprechende Kampagnen für unsere Produkte, auch für unsere Markenkommunikation. Und im Kontext dessen schauen wir uns an, welche Möglichkeiten bestehen im Zusammenhang mit Influencer-Marketing. Und da gibt es sicherlich ein, zwei Spezialisten im Haus, die sich also diesem Thema dann eben auch inhaltlich immer mehr nähern. Aber das immer, jetzt in unserem Fall, zusammen mit Agenturen oder den Dienstleistern, denen wir vertrauen. Und auch da, ich denke mal, das Vertrauen verlängert sich ja zu den Agenturen, dass man ein partnerschaftliches Miteinander hat und dann eben wiederum ein Stück der Auswahl und auch der Kontrolle, der Erfolgskontrolle über die Partner und Dienstleister, mit denen man zusammenarbeitet, gemeinsam erreicht. Jetzt haben wir vielleicht, Daniel, du bist ja wirklich sehr, sehr vorne am Markt. Ich glaube, das Erste, was man immer, und ich kenne das auch aus vielen Kundengesprächen, ich glaube, das Erste, was sicherzustellen ist im Influencer-Marketing, ist die Passung zwischen der Marke und dem Influencer. Die Frage mit Ja beantworten, kann diese Person, dieser Influencer, die Marke oder die Marke auch, den Influencer, können die authentisch miteinander arbeiten? Geht das natürlich so? Wenn wir da einen Haken dran machen, was ist denn dann der nächste Schritt? Welche Fragen stellen sich und welche Fragen müssen wir lösen? Weil ich habe das Gefühl im Markt, den ersten Schritt, da sind wir gerade ganz gut dran. Die Marken fangen sehr, sehr gut an zu verstehen und haben auch eine klare Vorstellung, weil Sie das ja auch von früher aus den Testimonial-Bereichen schon kennen, quasi so eine Liste im Kopf haben, okay, diese Kriterien müssen erfüllt sein, dass es zu meiner Marke passt. Aber was kommt dann nach? Wie geht man mit den Beziehungen um? Wie verhandelt man Honorare? Wie muss man sich das dann nach in Zukunft vorstellen, wenn man das richtig groß aufgleisen will? Also auch hier nur meine Erfahrung, also viele Kunden, die halt in diesen Bereich einsteigen, ob das direkt ist oder über die Agentur, fangen erst mal mit einer Excel-Tabelle an und mit ein paar Word-Dateien, wo sie die Influencer reinschreiben. Ich finde es halt sinnvoll, auch vor dem Hintergrund der neuen Datenschutzverordnungen, dass man halt sagt, lass uns das Ganze systemisch einpflegen. Und es geht ja nicht nur darum, dass man Influencer als reine Kommunikationsinstrument sieht, sondern es ist ja gleichzeitig auch ein MAFO-Tool. Der Influencer ist Konsument und, wie sagt man, ein Sender in einem. Das heißt, man kann auch aus ihm heraus lesen, also für Produktgestaltungen oder Marketingzwecke. Und ich finde es halt sinnvoll, wenn man zuerst auf ein System guckt, wo man diese Influencer reingibt und über dieses System halt auch die Beziehung zum Influencer managt. Von wem auch immer die sind, selber programmieren würde ich das wahrscheinlich nicht, aber da gibt es mit Sicherheit den einen oder anderen Anbieter, der halt auch dieses ganze Ding managen kann, damit man weiß, hat der für Wettbewerbsmarken gearbeitet oder nicht, damit man auch die ganzen Kennzahlen zu den Influencern hat. Das finde ich persönlich sehr wichtig. Und auch wichtig finde ich, wenn eine Marke keinen Influencer-Marketing-Manager hat, weil das ja im Moment so auf verschiedenen Töpfen aufgeteilt ist, Marketing, PR, Werbung, würde ich auf jeden Fall mit internen Trainings anfangen. Das können Agenturen machen, da gibt es mit Sicherheit aber auch noch andere. Und ich finde alleine, dass man sich damit beschäftigt, schon ein sehr wichtiger Schritt. Und ich würde immer damit anfangen, das erstmal systemisch, also in eine Plattform zu gießen und zu gucken, dass man nicht mit Excel-Tabellen und so weiter arbeitet. Ja, auch nach der DSGVO ganz wichtig, wie du eingangs gesagt hast. Sehr schön. Wenn du dir jetzt was wünschen dürftest vom Markt, Peter, was sich sofort ändert, wenn du quasi einen Wunsch frei hättest, wo du sagst, Mensch, wenn das im Influencer-Marketing da wäre, dann wäre der ganze Markt für uns deutlich sortierter noch, deutlich attraktiver auch. Was wäre denn das? Du, ich finde, es gibt da schon ganz erfreuliche Trends in jedem Fall. Wir sehen da, dass die Branche sich professionalisiert, dass sie auch in Bezug auf Vergleichbarkeit oder Messbarkeit sicherlich neue Tools zur Verfügung stellt. Wir sehen auch auf der Follower-Seite, dass auch akzeptiert wird, dass Werbung und ein Stück weit Influencer-Marketing auch Teil der Realität ist und dass wir dann sozusagen in ein reiferes Stadium kommen. Insofern bin ich nicht wunschlos glücklich, aber ich denke, es bewegt sich alles in die richtige Richtung und der eigentliche Wunsch ist, nochmal da auch diese Professionalität anzunehmen, denn Influencer-Marketing steht ja auch in Konkurrenz zu anderen Marketingmöglichkeiten und dann das Beste daraus zu machen. Hans, willst du da vielleicht einmal anschließen? Ich glaube, also unser größter Wunsch, gerade auch als Verband, wäre das Thema Transparenz der Preise, denn wenn man mal so ein bisschen Kontakt zu Influencern aufnimmt und mit denen spricht, was die dann haben wollen für einen Post, jetzt einfach mal als Beispiel, als kleinste Währungsgröße, ist ja wirklich zwischen 100 Euro und 12.000 Euro für eine Produktabbildung auf irgendeinem Post alles dabei, wahrscheinlich sogar in anderen Größenordnungen noch mehr, wenn man sich international umschaut. Und ich glaube wirklich, dass da eine totale Intransparenz dieser Preise ist und so wie ich es kennengelernt habe, da kannst du sicherlich mehr zu sagen, wird das oft auch aus einem Bauchgefühl heraus gemacht. Also der Blogger sagt vielleicht, ach, bei dem Unternehmen kann ich vielleicht ein bisschen mehr nehmen als bei dem und das Unternehmen denkt vielleicht, Mensch, der Blogger ist mir ein bisschen sympathischer als ein anderer, deswegen zahle ich auch mehr. Aber irgendwie nehme ich den Markt, was die Preisgestaltung und die Reichweite und am Ende die Wirkung angeht, als sehr intransparent war und da würde ich mir mehr wünschen. Willst du dich da noch anschließen? Ja, also zum Thema Preise, da schwanke ich auch zwischen, man müsste eigentlich so eine Range haben, aber dann, als wir heute Morgen mit der Bahn hier hingefahren sind, haben meine Kolleginnen einen Artikel gezeigt über die Gagen, die bei Bachelorette bezahlt wurden. Die gingen auch von 2.500 bis 50.000 Euro. Ich glaube, das ist immer so eine Sache zwischen Angebot und Nachfrage und ich finde auch so ein bisschen Spannung sollte da auch drin sein. Was ich mir wünschen würde, ist so eine Art Influencer-Fairness-Vergütung oder Influencer-Fairness. Es kann nicht sein, dass größere Unternehmen halt alleine über den TKP versuchen halt die Preise zu drücken und dass halt so wenig Geld beim Influencer liegen bleibt oder dass Dienstleister dazwischen nur noch eine schlechte Qualität liefern können. Also ich wünsche mir sowas wie eine Management-Marge für die Dienstleister dazwischen, aber halt auch ein Influencer-Fairness-Versprechen, dass halt die Influencer auch die Qualität liefern können, die sie letztendlich auch für Marken liefern wollen. Ob man da feste Preisstrukturen für braucht, also da schwanke ich manchmal zwischen, ja braucht man, aber manchmal denke ich, vielleicht ist es auch gut, dass man die nicht hat. Ich will mich da nicht so festlegen heute. Also keine Preisstruktur im Sinne von fester Preisliste, die für alle gilt, aber einfach mehr Transparenz und Nachvollziehbarkeit. Also ich glaube, das ist ein wichtiges Thema. Wir sind jetzt sehr auf der Markenseite auch unterwegs. Wir haben ja heute, glaube ich, mindestens 60 Prozent der Panels sind auch auf der Influencer-Seite unterwegs. Und ich glaube, dieses Transparenz-Thema ist auch auf beiden Seiten. Was wir sehen jetzt als Anbieter, der ja versucht, mal einen fairen Preis auszurechnen, auch tatsächlich für beide Seiten fair, auf Basis der Market-Benchmarks und auf Basis der Standards, ist, dass einfach auch ganz viel Unwissen auf beiden Seiten vorhanden ist. Und ich glaube, da muss man Transparenz schaffen und auch ein gemeinsames Verständnis. Ich glaube, das ist auch eine Aufgabe, die wir heute haben, die wir hier und deshalb ist die ganze Signals-Konferenz ja auch so aufgesetzt, wie sie aufgesetzt ist. Es geht ein bisschen weniger um Rampenlicht, um Shows, es geht mehr um die Inhalte und darum, dass wir hier fachlich auch mal uns austauschen mit beiden Seiten und diskutieren. Ich fand das jetzt schon eine super Diskussion. Ich fand eine Influencer-Fairness-Price, beziehungsweise das finde ich irgendwie ein super, super cooles Schlagwort auch. Wir haben jetzt noch ungefähr so 13, 14 Minuten Zeit. Ich habe hier ganz viele Fragen auf meinem iPad und würde ganz gerne da mal in einige reingehen. Ist gar kein iPad, könnte auch von Samsung sein oder von anderen. Ich finde die eine Frage hier sehr spannend an die Podiumsgäste. Könnt ihr euch gerne melden, wer zuerst möchte. Hatten die Podiumsgäste auch schon negative Erfahrungen mit Influencern beziehungsweise Negativwerbung für ein Produkt, was daraus entstanden ist? Ich brauche jetzt keine echten Beispiele nennen, aber vielleicht gibt es da irgendwelche Fehler, die gemacht wurden, wovon ihr uns ein bisschen was sagen könnt. Ja. Aber es liegt meistens weniger am Influencer als am Produkt, muss man auch dazu sagen. Ja. Das heißt... Dann auch Schmerzensgeld muss gezahlt werden teilweise, dass der Influencer das... Und man lernt ja auch dazu als Agentur. Es ist ja nicht so, wenn man über, ich sage jetzt, tausende Influencer jedes Jahr anspricht, dann ist das halt oftmals auch eine kommunikative Problematik. Das sind halt auch Menschen. Das geht halt nicht immer alles systemisch und automatisch. Und man muss einfach damit rechnen, wenn man mit Menschen zusammenarbeitet, dass halt auch Fehler passieren oder auch mal jemand das Produkt von heute auf morgen nicht mehr gut findet. Ich fände das komisch, wenn alle nur noch positiv berichten würden. Das macht das ganze Ding auch ein bisschen unglaubwürdig. Ja, wir haben schlechte Erfahrungen manchmal gemacht, aber wir versuchen dem Kunden das auch so zu erklären, dass er das auch nicht als Grund nimmt, um nie wieder Influencer-Marketing zu machen. Der noch da irgendwie so schmunzelst. Ja, ich glaube, ein Experimentierfeld ist sicherlich die Frage, wie arbeitet man als Unternehmen oder als Marke so mit Influencern zusammen, dass man die Kreativität, die diese Menschen ja auch ausmacht, zulässt. Einerseits, aber andererseits eben auch als Marke sich wohlfühlt und es gibt bestimmte Vorgaben. Und bitte achte auf diese, also dass das Briefing stimmt. Und das ist ja was anderes, als wenn man einen Werbespot produziert. Da hat man natürlich komplette Kontrolle, ist in der Lage, das sozusagen auch wirklich bis zum Ende zu kontrollieren oder auch zu verändern und das hast du natürlich in diesem Medium nicht. Und das ist auch gut so, das macht die Sache ja auch authentischer. Also ich denke, aus Unternehmenssicht ist dann erstmal der Fehler, zu viele Vorgaben zu machen oder vormachen zu wollen und damit auch jede Form von Kreativität und Persönlichkeit dem Influencer gegenüber abzuwürgen. Das wollen wir natürlich nicht. Und da gibt es auf jeden Fall ein Experimentierfeld, wo wir alle dazulernen können. Das würde mir als erstes einfallen. Ich weiß nicht, Hans, aus deiner Sicht? Peter, du sprichst mir total aus dem Herzen, wirklich, weil als Agenturmensch kann ich nur sagen, für Agenturen gibt es nichts Schlimmeres, als wenn der Kunde eigentlich schon mit einer fertigen Vorstellung kommt und genau das durchgesetzt haben will und eigentlich die Expertise, die Kreativität der Agentur unterbindet. Und ich glaube, genau das passiert auf dem Influencer-Markt. Man sagt eigentlich dem Influencer, was er zu tun hat. Und das ist für mich grundverkehrt, denn wir wollen ja gerade die Authentizität dieser Influencer nutzen, dass eben sie ihre Persönlichkeit ausspielen. Und wenn ich dem Influencer etwas aufzwänge, was nicht seiner Persönlichkeit entspricht, dann ist das nicht mehr authentisch. Und das merkt natürlich auch der Nutzer da draußen. Und insofern mache ich damit mehr kaputt, als ich mir eigentlich selber helfe. Deswegen glaube ich auch, man muss die Kreativität der Influencer zulassen und muss da auch ein bisschen Risiko eingehen und dafür vielleicht Vertrauen aufbauen, was du vorhin auch gesagt hast. Die Frage war zu den negativen Erfahrungen. Die haben wir nicht gemacht, muss ich ganz klar sagen. Ich finde es so ein bisschen witzig manchmal, wenn man da mit den Influencern zu tun hat, wie breit dann auch das Spektrum an Persönlichkeiten ist. Das sind ja in der Regel sehr junge Leute, die in jungen Jahren viel erreicht haben. Bei manchen staunt man, weil man denkt, Mensch, das sind inzwischen so große Stars. Die sind trotzdem ganz normal, ganz nett geblieben. Und bei anderen ist man eben überrascht, was dann der Erfolg auch mit Persönlichkeiten macht, mit Anspruchshaltung und so weiter. Also da erlebt man schon Dinge, aber ansonsten haben wir keine schlechten Erfahrungen gemacht. Okay. Ich habe noch eine weitere Frage gesehen, die war ein Stück weit da unten. Vielleicht kriegen wir die auch noch auf die Leinwand, weil das gerade gut passt. Wie viele Vorgaben sollte eine Brand für eine Kooperation machen? Ab wann wirkt es unauthentisch? Ich glaube, Daniel, das ist wahrscheinlich eine perfekte Frage für dich. Wir haben es gerade schon angesprochen. Freiheitsgrade für den Influencer gegenüber dem Werbewillen der Marke. Wo und wie grenzen wir da am besten ab? Naja, ich glaube, ohne Vorgaben zu arbeiten wäre für uns, also für unser Team, glaube ich, sehr schwierig. Wir brauchen irgendeine Eingrenzung. Meistens leitet sich das aus den Marketingzielen ab, die der Kunde vorgibt. Da gibt es so etwas wie Zeitraum. Es gibt geografische Eingrenzungen, thematische Eingrenzungen. Und er hat natürlich halt auch als Marke einen gewissen Wunsch, wie sein Produkt oder seine Dienstleistung, die er anzubieten hat, kommuniziert wird. Das heißt nicht, dass er unbedingt den Content immer freigeben will. Je größer der Konzern, umso klarer die Vorgaben, würde ich jetzt mal sagen. Das geht sogar so klar davor, dass man bis zu fünf Abnahmerunden hat. Und dann ist es im Prinzip halt ein Werbespot oder ein Werbeinhalt, der nur über einen Influencer ausgestrahlt wird. Wir haben, ich kenne die jetzt nicht alle auswendig, aber für viele Kampagnen haben wir so eine Art Basisvorgaben, die wir brauchen. Und dann hängt es vom Kunden und von der Situation ab, ob man dann noch tiefer geht. Okay, ich gehe mal weiter. Eine sehr, sehr spannende Frage, die jetzt hier schon dreimal gestellt wurde. Deshalb nehme ich sie mal vor. Glaubt ihr, dass AI in Zukunft eine Rolle spielen wird im Influencer-Marketing? Vielleicht kurzer Exkurs. Wir sehen ja schon einige Influencer-Kanäle, die aus Avataren bestehen. Das heißt tatsächlich, das sieht man in Asien noch mehr als bei uns, tatsächlich virtuelle Persönlichkeiten, die aufgebaut werden. Das Ganze kann man dann natürlich über AI weiter ausbauen. Seht ihr da schon irgendwas? Ist vielleicht am Anfang noch ein Gag, aber wenn man sich die Profile anschaut, das sind wirklich ja Persönlichkeiten, die da erschaffen werden. Habt ihr damit Erfahrung? Erfahrung nicht. Es gab mal sicherlich Beispiele in der Werbebranche, wo auch solche virtuellen Figuren genutzt werden. Ein Wettbewerber, ne? Bei unterschiedlichen Anbietern, unterschiedlichen Industrien. Das ist ja letztlich nichts anderes. Das sind Verlängerungen, die jetzt sozusagen durch neue technologische Mittel eigentlich dann fortgesetzt wird. Das wird sicherlich auch kommen, welche Rolle das spielen wird und ob das den Faktor Menschen ersetzt. Das fließt ja in die gleiche Diskussion ein, die wir generell haben. Inwiefern der Faktor Mensch in den unterschiedlichen Arbeitsbereichen eine Rolle spielt. Jetzt an dem Beispiel Werbung oder Influencer-Marketing. Ich glaube, Kreativität ist nicht so leicht zu lernen. Insofern setze ich da auf den Faktor Mensch mittelfristig auf jeden Fall. So würde ich es beantworten. Vermutlich ist für die AI das Schwierigste, Kreativität zu lernen. Das könnte man so sagen. Dann gehen wir nochmal eine Runde weiter. Häufig hier auch die Frage nach Tracking und Skalierbarkeit. Ich würde mal mit der Skalierbarkeit anfangen. Hier fragt eine Frage ist, ist Influencer-Marketing eurer Meinung nach beliebig weiter skalierbar? Vielleicht auch im Sinne des Budget-Shifts nochmal gedacht. Wie viel kann ich denn überhaupt ausgeben, wenn ich jetzt rausgefunden habe, dass es richtig gut funktioniert? Und ist es skalierbar oder nicht noch nicht? Also ich glaube nicht. Es ist eine natürliche Ressource. Also der Mensch produziert etwas und hat halt seine Reichweite. Man kann es halt über Paid Media amplifizieren. Also man kann es halt verlängern und in die Ecken bringen, wo es halt von alleine nicht hinkommt. Man kann natürlich auch über die Masse an Influencern spielen. Aber dann geht es halt natürlich auch um die Frage, wie kontrollierbar ist noch dieser Content. Also beliebig skalierbar nicht. Also es ist irgendwo natürlich begrenzt. Aber man kann es natürlich verlängern und das würde ich halt auch immer empfehlen, dass man halt gute Inhalte, man kann es ja an den Daten erkennen, welche Inhalte besonders gut engagen und die kann man halt entsprechend über Media-Unterstützung verlängern. Ja, sehe ich genauso. Super. Dann vielleicht eine Sache, die auch ganz häufig aufkommt, B2B-Themen. Ja, Hans, vielleicht kannst du da nochmal in deinem Ich als, oder in deinen beiden Ichs hier einmal als Verbandssprecher und Oberhaupt da rangehen und fragen, haben B2B-Anbieter die Fragestellung erstmal häufig, wollen die das machen? Und zweitens, seht ihr da irgendwelche Möglichkeiten, wie man das umsetzen kann? B2B heute übrigens noch ein ganzes Panel dazu, heute Nachmittag. Also die Nachfrage von B2B-Unternehmen ist natürlich da. Ich meine auch auf dem Deutschen Marketing-Tag, wenn man sich da umguckt, da sind einfach auch unheimlich viele Menschen aus dem B2B-Bereich. Ich bin mir auch ganz sicher, dass B2B-Marketing im Influencer-Bereich funktioniert. Allerdings, wenn wir schon darüber sprechen, dass es natürlich für Unilever und so für Massenhersteller einfacher ist als für regionale Unternehmen, muss man sagen, für ein B2B-Unternehmen ist es natürlich nochmal schwieriger, ein Testimonial zu finden, das dann letzten Endes genau meine Zielgruppe, also meine potenziellen Kunden erreicht. Da ist mit Sicherheit dann auch gut, wenn man Leute mit einer sehr großen Reichweite findet, weil je größer die Reichweite, desto einfacher ist es natürlich dann am Ende meine Zielgruppe zu erreichen. Aber ist auf jeden Fall möglich und auch sinnvoll. Vielleicht auch, da ist die Kanalfrage sicher spannend. Also B2B bei Instagram und YouTube vielleicht in einzelnen Bereichen, aber eher schwierig. Pinterest wird wahrscheinlich auch eher ein Klopper. Im Blog-Bereich hat man vielleicht noch so den einen oder anderen Fachbereich. Ich kenne zum Beispiel im Biotechnologie-Bereich, da gibt es echt einige sehr, sehr relevante Blogs, die auch da schneller sind als irgendwie vertikale Magazine. Vielleicht mal über LinkedIn nachzudenken als B2B-Bereich. Habt ihr das schon mal gemacht? Ich meine, ihr seid, verkauft ihr auch an B2B-Enterprise-Kunden? Nein, wir sind ein reines B2C-Unternehmen, aber natürlich bietet sich LinkedIn an. Ich denke mal, für B2B sieht sich LinkedIn ja auch gut positioniert. Ich denke sicherlich auch eine Plattform, die da Möglichkeiten bietet. Es gibt Facebook for Business, es gibt Alternativen, die eingesetzt werden können. Ich glaube, Seriosität ist im B2B-Bereich gegebenenfalls, je nach Branche, ein wichtiger Faktor. Also für die Kunden und insofern ist die Frage des Kanals da, glaube ich, noch nicht so weit entschieden, wie es im Consumer-Bereich ist. Da ist es eigentlich klar, dass bestimmte Kanäle wie Instagram im Moment für junge Leute gerade die richtige Plattform bieten. Im B2B-Bereich ist das, glaube ich, noch nicht so ausdefiniert. Habt ihr schon mal irgendwie über LinkedIn nachgedacht für einen Kunden? Ich habe eben überlegt und ich habe überlegt, ob Influencer für B2B-Unternehmen, wir betreuen hauptsächlich Consumer-Brands, interessant sein könnten. Ich glaube, für B2B-Unternehmen wäre es vielleicht sinnvoller, die eigenen Mitarbeiter zu Influencern auszubilden oder vielleicht, wie wir das auch gemacht haben, man kann auch den einen oder anderen Influencer einstellen im Unternehmen und gucken, wie man voneinander lernt, weil im Prinzip stecken ja die besten Influencer im Unternehmen selber. Also gerade im B2B-Bereich würde ich sowas eher empfehlen, also ohne, dass wir diese Kundenzielgruppe betreuen. Aber für uns selber ist das zum Beispiel jetzt so ein Programm als Agenturgruppe, wo ich weiß, dass wir darüber nachdenken, wie wir damit umgehen. Ich glaube, das tut jeder. Wie kann man Mitarbeiter selber als Influencer, vielleicht auch im Mikro-Bereich einsetzen und wie kann man die Mitarbeiter fördern, dass sie halt auch darüber berichten, was im Unternehmen steckt? Ja, also die eigenen Mitarbeiter zu Influencern ausbauen, sicher sehr wertvoll. Wir sehen heute Nachmittag dazu noch zwei Sachen. Ich glaube, wir sind auf der Expert-Stage. Da geht es, glaube ich, ich müsste jetzt lügen, man sieht es im Programm, es ist nach der Mittagspause. Da sind einige Beispiele, wo das Unternehmen schon versuchen und damit auch erfolgreich sind. Das also nochmal als Hinweis. Und ja, wir haben jetzt viel gehört. Unsere Zeit läuft leider runter, obwohl hier auch noch diversesten Fragen auflaufen. Vielleicht nochmal, ich glaube, zusammenfassend kann man sagen, es wurde gefordert Transparenz. Ja, ich glaube, es ist allen Marktteilnehmern auch schon klar, dass man zusammenarbeiten muss und sich auf einen Common Sense einigen, auf einen Status Quo einigen. Wo hört Kontrolle auf? Wo gibt man quasi Kontrolle ab, auch als Marke für Authentizitäten? Auf der anderen Seite auch aus Seiten des Influencers. Wo kann ich mich wie gut einbringen und wo vielleicht auch klar nicht in der Abgrenzung. Dann haben wir das Preisthema. Also ein fairer Influencer-Preis wird gefordert, auch mit dem Wissen, die Influencer sind die Ressource in dem ganzen Thema. Darum geht es. Und nur, wenn es euch auch allen weiter Spaß macht, geile Inhalte zu produzieren und weiter zu wachsen, wird es überhaupt funktionieren. Das so irgendwie von mir als Zusammenfassung. Vielleicht von jedem von euch nochmal ein Schlussstatement. Größter Budget-Shift der letzten zehn Jahre. Ja oder nein? Peter? Ich würde sagen nein, aber klar ist, der Trend geht genau in diese Richtung und ich glaube, es wird spannend in der Zukunft auch für uns als Marke, genau im Influencer-Marketing weiter Erfahrungen zu sammeln und da auch spannende und auch einfach interessante Inhalte zusammen mit den Menschen, die eben die Influencer ausmachen, zu produzieren. Also die Frage größter Budget-Shift finde ich schwierig, weil der größte Budget-Shift ist für mich von den klassischen Medien hin zu online und das Thema Influencer-Marketing ist für mich eine Teilmenge am Ende dieser ganzen Online-Kanäle. Aber ich halte es auf jeden Fall für einen Riesentrend, einen nachhaltigen Trend und ich bin mir ganz sicher, dass da noch viel, viel mehr Shift in diese Richtung erfolgen wird, als wir es heute sehen. Die Frage ist immer im Vergleich zu was. Ich würde sagen, größter Budget-Shift innerhalb der bestehenden Mediabudgets würde ich sagen ja, mit einem kleinen Sternchentext. Aber es ist gerade bei großen Marken noch sehr viel Aufklärungsarbeit notwendig und man hat natürlich auch einen sehr starken Gegenwettbewerb. Es ist natürlich nicht so, dass die TV- und Online-Kollegen sich freuen, wenn denen Geld weggenommen wird. Und da braucht man natürlich auch Geschäftsmodelle und den großen Einkaufs- oder Media-Einkaufsabteilungen entgegenzukommen. Und ich glaube, an dem Punkt soll man darüber nachdenken, wie kann man Influencer-Marketing auch als Media-Währung attraktiv machen, damit man über größere Volumen nachdenkt. Bei uns innerhalb der Gruppe ist es im Vergleich zu anderen Disziplinen, die halt auch diesem Spezialbereich durchkommen, schon einer der größten, wenn nicht der größte Budget-Shift der letzten Jahre gewesen. Ich nehme mal Programmatic und so weiter raus, weil man könnte Influencer-Marketing auch programmatisch machen. Das ist aber eine andere Geschichte. Super, vielen Dank für diese abschließenden Statements. Und ja, ich glaube, wir haben viel zu tun. Diskutieren, weiter in das Thema investieren auch zusammen. Und ich glaube, der Weg ist ganz klar und der geht offensichtlich steil nach oben. Vielen Dank und viel Spaß noch.